Was hast du mitten in meinem Intro? Ja, lass es doch einfach. Moin Moin Moin, liebe Frauen, ich bin Säure Dragons von YMT mit Nukito 2000. Progel Massage. Kniffle Griffeln. Neunzehn. Mit mir natürlich Grenze YMT natürlich, auch wenn man gerne hat, ein bisschen anders. Und Yonte. Digger, Hälfte. Wie kann man... Ja, Digger. Also, ich werde ein bisschen schreien, Digger. Ähm, also, ja, ja. Ich werde ein bisschen schreien, Digger, ein paar Tamskas. Heute mache ich über Spielchat, aber wenn der Yonte und Kniffleck griff, einfach zu dunsen und zu reden gefühlt, Digger. Die können das einfach nicht, Bruder. Aber, ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen rein, ne? Und Spiel starten, Digger. Äh, warte, jetzt geht's mit 1, ja. Digger, lass es doch einfach. Digger, ich nehme heute nie wieder auf, ich schwör. Sehr gut, Digger, nein. Digger, lass es doch. Eben gesagt, wir gehen Road to 60 Abos jetzt, Digger. Road to 60 Abos. Abonniert, Achtung. Ja, Road to 60 Abos, Digger, aber mir läuft, Bruder. Achtung. 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 Fünfzig Leute gucken mir zu, Digger. Nein, es ist noch nicht klart, der Kaut ist aboniert. Bitte nicht Namen droppen. Achtung. Okay. Okay, bin weg. Warum ist die Tür abgeschlossen? Warum bin ich in der Bärenfalle drin? Ich hab keine. Ich hab keine. Digger, fährt. Digger, ernsthaft. Bin frei. Ähm, ja, bin. Hey Jungs, warte, ich hab noch eine Frage. Warte, warte. Jungs, ich hab eine Frage. Wie kann man eigentlich bei einem Kind, also diese Attacken vom Kind einsetzen? Wenn ich verstehe. So, ja. Hi, Jonte. Der Wagen. Okay, let's go, Jungs, Leute. Hallo? Digger, wie kann man hier lang? Ja, wie kann man hier lang? Ja, ich bin einfach nicht. Wie außenrum. Wie außenrum. Wie, was ist außenrum, Digger? Ich kann hier nicht mal irgendwo lang. Ich kann hier nicht mal irgendwo lang. Ach so. Ja, ah, hier ist endlich mal kein Schnee mehr, Leute. Wo ich das letzte Mal gespürt hab, war im Schnee. Hallo, Logger. Dragons... Dragons... Dragonshull, wo bist du? Ich bin direkt bei Logger und so. Ich bin direkt bei Logger und so. Nein, nein, tu ich nicht. Also ich bin nicht mein Nachbar, Digger. Hi. Oh. Hallo. Warum ist hier ein Laser oder so? Hinter dir. disgu, ne? Ach, Iwo, das ist Nebel. Das ist Nebelsensor. Nebelsensor. ja gibt mich oben ist hier oben rein Ja, wir haben uns alle nicht mehr lang gespielt. Digga, wenn sie denn da scheiß raus! Ist denn dein Sohn? Ist denn dein Sohn, Digga? Nein. Ja, stimmt auch wieder. Ich bin nochmal so spülen mit. Wir haben ne Mats ja gar keinen Unterschied. Hast du gesagt? Da müssen wir hoch. Ha Digga, Neo, du da. Digga, wir haben auch. Wir beide, wir beide. Du musst X, ganz viel X immer hintereinander drücken. Guck mal, da ist noch eine. Da. Hier ist noch eine. Wie ist das Ding hier aufgegangen? Hallo, Hilfe. Wie ist das Ding hier aufgegangen? Boah, Alter. Hey, es gibt Lüftungsschächte. Und ich hab... durch die jemanden den... Digga, herr? Wie... Wie... Warte mal. Wie... Wie ist das Ding hier? Ich glaube, was ist da? Vorgeh mal. fertig. Klar,hallange. Es gibt so viele... Warum gibt es so viele Fallen? Die... Auf einmal fällt Kleber von oben... Hilfe! Komm gleich wieder! Oh... Oh Digga Digga was war das? Wo ist das hier? Ich hab ne 3er Karte! Ja, ja machen wir! Einer hat noch einen Sender! Mira nicht, bin nicht! Tja! Ich hab echt gar keine Ahnung mehr Digga, wenn man zum Beispiel ein Neighbor ist oder so ne? Ich bin vorne, ich bin vorne! Ich hab alles vergessen! Digga, ich weiß noch wie... Mit Quadrat rett man die Kinder! Digga, ich weiß nicht mal wie der Neighbor ist und man angreift oder so Digga! Digga, das war so! Ja, 4er Karte! 4er Karte! 4er Karte! Ja, 4er Karte! Aha! Ja, wo bist du eigentlich jetzt hingelaufen? Also Programmer? 5 3er Karte! Warte! 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 St... Stupide! Hallo! Hi! Hi, Jotte! Nicht reden jetzt, bitte. Wir sind gerade im Video auf. Nicht reden, bitte. Wir sind gerade in der Aufnahme. Hi! Hi! Wir haben, wir treffen uns in... Wir treffen uns beim Hauptraum. Wo ist der Haupt? Achso, ja. Denn Miran, wir gehen dann zusammen. Warte, Digga, ich hab so diese Mette vergessen. Oh, keine Ahnung mehr. Hi, Lukito! Ohne Zweier, aber ich weiß nicht, wie ich nochmal jetzt in diesen Haus... Ich mag doch nix! Ich weiß nicht, wie ich das kenne. Warum hast du das nicht aus? Mal auf, zuhören. Ja, ne... Na, ne, ne... Na, ne, ne... Na, ne, ne... Na, ne, ne... Ich habe Angst, dass es Mira ist. Nicht. Nicht. Theo? Nock, 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 komm! Nock, Nock, komm in den Raum! Nein, nein, Mira! Wie geht's euch? Lassen wir raus! Ja, wir wissen es. Help me! Er hat Theo umgebracht! Mörder! Was heißt ihr? Ich kann damit so rechnen. No, no! BABU! Mörder! 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 Ist Miran hinter uns? Wo ist der? Hilfe! Mörder! Ach, Scheiß, Digga! Nein, hast du nicht, Digga! Ich kann sowas nie tun! No, no, no! Feiner! Mörder! Ich bin nicht so rechnen! Es bockt wieder nicht, Digga! Ich hasse diesen Nachbarn! Digga, warum kann er nicht laufen? Ja, er kann aber nicht laufen! Nogga, renn! Nogga, renn! Nogga, renn! Du mir, folg mir! Help! Aua, ua, wächstes ist sauer! Hiss! Digga, Mann! Ey, ich hasse diesen Nachbarn! Digga, ich hab's verloren! Oh Mann, Digga, hör doch auf mit deiner Scheiß. Wir haben verloren. Ja, verloren, Digga, ich hab verloren. Ich hab ja nicht meinen... Ah, verstanden. Ich muss... Oh, Digga. Sechs Sekunden, oder? Ich will trotzdem noch ein... Nee, Digga. Nachbar ist gewonnen. Nein, nein, aber für die Aufnahme, Digga. Okay, Leute, ich würd sagen, das war's leider schon mit der Aufnahme. Ähm, klar, ich hab's dir so eine kleine Runde gefallen. Ähm, oh Leute, diese Nachbar ist so ein... Sehr, 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 sehr hier. Aber Leute, ich würd sagen, dass es heute wieder... Tschau. Tschau. Tschau.